Schon in einfachen Pivot-Tabellen sind die eingebauten Filter und Sortiermöglichkeiten nützlich, um sich bestimmte Teilmengen anzeigen zu lassen. In unserer Beispiel-Pivot-Tabelle haben wir im Layout-Bereich Zeilen die Felder Produkt und Region hinzugefügt und im Bereich Werte das Feld Umsatz. Somit können wir genau sehen, wie viel Umsatz in jeder Region gemacht wurde. Beim Dropdown-Pfeil in der Spalte A können wir uns nun das Filter- und Sortiermenü anzeigen lassen. Wir können uns die Einträge an alphabessischer Reihenfolge anzeigen lassen oder umgekehrt. Im unteren Bereich kann man zudem nur bestimmte Einträge durch das Setzen und Entfernen von Häkchen auswählen. Wenn man viele Möglichkeiten zur Auswahl hat, kann es auch Sinn machen, das Suchfeld zu nutzen. Tippen Sie beispielsweise den Buchstaben K ein, um sich alle Begriffe anzeigen zu lassen, die ein K im Namen enthalten. In unserem Beispiel sind das die Begriffe Kleinwagen und Kombi. Klicken Sie auf OK und Sie werden sehen, dass Ihre Filteroptionen angewandt wurden. Alle Zeilenbeschriftungen in der Spalte A, sowie in der Pivotable-Field-Liste erscheint ab sofort ein kleines Filter-Symbol, welches Sie darauf hinweist, dass Sie einen Filter benutzen. Um sich wieder alle Produkte anzeigen zu lassen, gehen Sie erneut auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das Kontrollkästchen Alle Anzeigen aus. Das gleiche Dropdown-Menü erreichen Sie übrigens, wenn Sie in der Pivotable-Field-Liste auf den Dropdown-File neben den aktiven Feldern klicken. Nehmen wir an, Sie möchten in Ihre Pivot-Tabelle noch weiter unterteilen und sich die einzelnen Umsätze der Verkäufer pro Region genauer ansehen. Für die bessere Übersicht blenden wir die Produkte aus. Jetzt ziehen Sie dafür das Feld Verkäufer in den Layout-Bereich Zeilen. Die beiden Verkäufer erscheinen nun unterhalb der jeweiligen Region. Wenn Sie nun in der Spalte A nach einem bestimmten Verkäufer filtern möchten, werden Sie feststellen, dass diese Option nicht zur Verfügung steht. Doch woran liegt das? Die Antwort finden Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte-Entwurf. In der Gruppe Layout können Sie beim Befehl Berichts-Layout die Option im Gliederungsformat Anzeigen auswählen. Dann erscheint der Bereich Zeilen in mehreren Spalten, die beide einen Filter aufweisen. So können Sie die Darstellungsweise Ihrer Pivot-Tabelle beliebig ändern. In sehr großen Datensätzen kann es Sinn machen, gezielt nach Beschriftungen zu filtern. Gehen Sie dazu auf das Dropdown-Menü bei Zeilenbeschriftung und klicken Sie auf Beschriftungsfilter. In der eingeblendeten Liste wählen Sie nun eine Filteroption aus. Zum Beispiel die Option ist gleich. Im Dialogfeld Beschriftungsfilter können Sie nun den Suchbegriff, wie beispielsweise Nord, eingeben. Ihre Pivot-Tabelle wird danach gefiltert. Um diesen Filter wieder zu löschen, gehen Sie im Dropdown-Menü bei Zeilenbeschriftung erneut auf Beschriftungsfilter und dann auf Filter entfernen. Um in Ihre Tabellen nach Zahlen zu filtern, verfahren Sie genauso. Den Zahlen- oder Wertefilter finden Sie ebenfalls im Dropdown-Menü um der Wertefilter. Auch hier haben Sie eine Vielzahl an Befehlen, mit deren Hilfe Sie nach Zahlen filtern können. Sie können Berichtsfilter erstellen, indem Sie ein gewünschtes Feld in den Layout-Bereich Filter ziehen. In unserem Beispiel nehmen wir das Feld Firma. Dieses erscheint oberhalb Ihrer Pivot-Tabelle. Mit einem Klick auf den Dropdown-File können Sie nun auswählen, von welcher Firma Sie sich die Umsätze der Regionen anzeigen lassen möchten. Klicken Sie beispielsweise auf ABC Company, werden nur die Umsätze dieser Firma angezeigt. Sie können mehrere Berichtsfilter anwenden. So können Sie zum Beispiel auch das Feld Verkäufe von Bereich Zeilen in den Bereich Filter ziehen. Da Filter adaptiv sind, wird, wenn Sie beim Berichtsfilter-Verkäufer zusätzlich nur den Herrn Müller auswählen, nur der Umsatz der ABC Company, den Herr Müller erarbeitet hat, angezeigt. In Excel können Sie Datenschnitte verwenden, um Ihre Daten zu filtern. Ein Datenschnitt kennzeichnet eindeutig den angewandten Filter und enthält Details, sodass Sie die angezeigten Daten leichter verstehen können. Um einen Datenschnitt zu erstellen, klicken Sie zunächst irgendwo in Ihre Pivot-Tabelle. Gehen Sie dann auf der Registerkarte Pivot-Tabelle Analyse in der Gruppe Filtern auf Datenschnitt einfügen. Die Dialogbox Datenschnitt auswählen wird geöffnet. Dieses Bedienfeld enthält alle Felder der Pivot-Tabelle. Setzen Sie ein Häkchen neben die Felder, für die Sie einen Datenschnitt erstellen wollen, in unserem Beispiel wählen wir Firma, und klicken Sie auf OK. Der Datenschnitt erscheint. Diesen können Sie per Drag & Drop platzieren, wo Sie möchten. Bitte beachten Sie, dass der Filter bei Verkäufer noch aktiv ist. Mit einem Klick auf eine der Firmen können Sie sich gezielt deren Umsätze anzeigen lassen. Da die aktive Firma blau hinterlegt ist, wissen Sie genau, für welche Firma die Zahlen in Ihrer Pivot-Tabelle gelten. Mit Hilfe der Steuerungstaste markieren Sie mehrere Firmen gleichzeitig. Um sich die Umsätze aller Firmen anzeigen zu lassen, klicken Sie erneut auf das Filter-Symbol. Des Weiteren können Sie die Datenschnitte mit der Registerkarte Datenschnitt formatieren. Diese erscheint jedoch nur, wenn ein Datenschnitt markiert ist. Um einen Datenschnitt zu löschen, markieren Sie diesen und drücken Sie die Entfernen-Taste. Dieses Lernvideo wurde Ihnen präsentiert von Easy Training, Agentur für multimediale Lerninhalte seit 1999. Folgen Sie uns auf easytraining.de, YouTube oder Facebook.